Die Krähenfüßenbehandlung sollte man nicht erst warten, bis die sehr stark ausgeprägt sind. Hier in einem mittleren Ausprägungsgrad, sowohl an den Unterlidern als auch an den Krähenfüßen selber. Die Patientin muss einmal zukneifen fest, damit wir die Areale richtig einsetzen können. Und dann durch diese Technik, die wir hier gerade zeigen, das ist eine besondere Technik mit einer Einpunktstichtechnik. Und dann hat man ein sehr, sehr schönes und natürliches Ergebnis. Das Ganze geht dann innerhalb von wenigen Minuten und die Patientin kann nach 10 Tagen ein natürliches Ergebnis von uns erwarten.